Jo Leute, was geht ab? Hier ist der Kendrick und ich habe heute was ganz besonderes für euch am Start und zwar verlosen wir acht Sonic Pullis und acht Darth Vader Pullis am zweiten Tag vom Expert Adventskalender. Alles was ihr tun müsst, ist eine kleine Frage beantworten und zwar werde ich heute ein kleines Gedicht für euch formulieren und ihr sagt mir, welcher Begriff gemeint ist und postet es in die Kommentare. Super easy. Dann legen wir auch gleich mal los. Es hat ein weißes Röckchen an und es freut sich, dass es fliegen kann. Durchfängst du es mit den Händen ein, so wird es bald geschmolzen sein. Tja, welchen Begriff suchen wir heute? Lasst es uns wissen in der Kommentarsektion auf Facebook. Dropt es einfach rein und mit ein bisschen Glück werdet ihr einer der Gewinner sein von acht Pullis, mit Darth Vader oder mit SonicTorff. Viel Glück!